Willkommen am Landesmusikgymnasium in Montenbauer. Wir sind eine Schule mit 400 Schülern und einem Internat für 80 Schüler. Wir servieren täglich 200 Mahlzeiten, bestehend aus Frühstück, Mittag- sowie Abendessen. Wir verzichten weitestgehend auf Fertigprodukte und kochen frisch und handwerklich hochwertig. Wir suchen motivierte und interessierte Mitarbeiter, die kommunikationsstark und teamfähig sind. Sie sollten Spaß daran haben, frische Lebensmittel zu verarbeiten und mindestens einen Hauptschulabschluss besitzen. Was wir dafür bieten, sind 30 Tage Urlaub, so gut wie keine Wochenendarbeit bei geregelten Arbeitszeiten. Die Anstellung erfolgt im öffentlichen Dienst. Bewerben Sie sich jetzt bis zum 30.06.2023 und starten Sie Ihre Karriere bei uns im Landesmusikgymnasium Montenbauer.